Hallo, werte Zuschauer, willkommen zurück zu Assassin's Creed 2 mit einem etwas ernster guckenden Ezio dieses Mal. Ja, wir machen einfach mal weiter, und zwar kommentarlos jetzt die Mission. Wir haben ja fast alle Dinge jetzt hier, Aussichtstürme. Egal, machen wir noch, machen wir noch, machen wir noch. Erstmal, finde ich, können wir ein bisschen mit der Story weitermachen. Blöpp, blöpp. Hallo? Super. Ezio, komm rein, mein Sohn. Diese Päckchen müssen an Geschäftspartner von mir in der Stadt geliefert werden. Außerdem müsstest du eine Nachricht aus einem Taubenschlag ganz in der Nähe für mich abholen. War bene, ich erledige das. Komm wieder her, wenn du fertig bist. Wir müssen da noch einiges besprechen. Und bitte, mein Sohn, mach keinen Ärger. Hm? Hass ich? Nein, nein. Sonderzustellung, zwei Briefe für Giovanni überbringen und einen dritten am Taubenschlag abholen. Dann zu ihm zurückkehren. Na klaro. Papa, wann kann ich ihn töten? Ich möchte wen töten. Na egal, wir schauen uns den Briefe dieses Mal nicht an. Ihr langweilt euch sonst. Uah, ich würde doch lieber sehen, wie ich andere Leute umrenne. Das ist doch viel spannender. Wuhuuu. Zack. So. Na. Ja, irgendwie so. Ja, eigentlich ist das voll scheiße geworden. Egal, ich tue so, als wäre das vielleicht absichtlich so geklettert. Bla, bla. So, wo sind denn die ganzen... Das dürfte ja nicht als weit weg sein. Ja, gut. Okay, was auch immer gerade eben passiert ist. Ich glaube, ich bin irgendwo draufgekommen. Uh. Ah, hier ist auch schon ein kleiner Schatzi, Schatz. Hallo, Schatzi, Schatz. Ich plündere dich. Unser erster, glaube ich. 130 Florin. What? Da machen wir aber eine fette Party. So. Äh. Noch mal da hoch. So. Dann müssten wir doch auch schon... Achter unten müssen wir hin. Das ist ja supi. Äh, ich versuch mal dahin. Yeah. Wie geplant. Das ist ja auch, dass er sie war. So. Bip. Und runter. Und. Runter. Und nochmal plündern. Hui. Wir werden ja reich. Oh. Ah, wir hatten gerade 1200... Also 1234 Florin. Das war auf jeden Fall lustig. 1, 2, 3, 4. Also 1234. Ja. Ist du Giovannis Sohn? No, Idiota. Er sieht nur zufällig genauso wie er aus. Hallo, RTL-Stimme? Natürlich. Angebe her. Keine Sorge, Junge. Wir sind nicht anstreckend. Jedenfalls ich nicht. Okay. Denkt sich Erzio. Was zum Geier war das denn jetzt? Mein Vater hat mit sehr dubiosen Leuten hier zu tun. Nun denn? Machen wir einfach mal weiter. Wir sind ja nur der Laufbursche. Wir haben hier nichts zu überlegen. Oder... Wir haben nichts... Es ist nicht unser Recht zu überlegen. So. Wir müssen aber da lang spritten. Hui. Und... So. Ba 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 ba. Ja, der fragte ich schon, warum wir eigentlich keiner alsjenigen Sachen machen. Ja... Alles gut, Leute. Alles gut. So, dann machen wir mal so. Ich war gerade so kurz abgelenkt, weil auf meinem, äh... anderen Monitor, dem rechten, meinem zweiten Monitor, irgendwas gelbb blinkt. Das finde ich sowohl nervig als auch komisch. Aber egal. So. Ach, hallo. Upsa. Geschickt drüber gesprungen. Was zum Gehör? Ezio versteht kein Wort. Was geschieht nur mit seinem Vater? Was ist mit seiner Mutter? Und ist Benedikt endlich im Bett? Das alles. Noch viel mehr erfahren wir in der nächsten... Nein, eigentlich gleich. Glaube ich. Wir ledigen jetzt einfach noch kurz eine Aufgabe. Weil nach unten oder nach oben? Ich sag mir auch, dass es nicht angezeigt wurde damals. Ach hier, ach genau, zum Taubenschlag. Zum Taubenschlag. Natürlich. Hallo, Täubchen. Heute gibt's einen Taubenschlag. Großes Zahn, also super. Was kriegt denn jetzt klingelt die Tür? Ich bin gleich wieder da. So, wann klingelt der HL-Mann? Entweder, wenn du gerade nicht zu Hause bist. Zweitens, gar nicht. Drittens, wenn du Let's Plays ausnimmst. So, naja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt auch die Taubenschlag-Mission ausgeführt. Sind wir eigentlich weit von dem letzten Aussichtsturm entfernt? Der wohnt mich ein wenig. Den hätte ich doch schon gerne gehabt. Ah, der ist doch ganz in der Nähe. Ganz in der Nähe ist der unser Aussichtsturm. Da in der Nähe, okay. Hui. Ha, den machen wir ja schnell. Komm, das tut doch jetzt keinem weh. Also in dem Teil, wir kriegen eine höhere... What? Upsala. Wir kriegen eine größere Karte. Und dann haben wir mehr... Mehr Karte als... So. Das wird uns auf jeden Fall noch zunutze kommen. Ach, scheiße. Was ist das da? Hui. Hui, Hui, Hui. Komm ich da denn hoch? Komm ich da denn hoch? Kommt der kleine Ezeodin da hoch? Ah, probieren. Ja, das ist gut. Jetzt noch mal zum Fenster. Uppdupdu. Uppala. Äh, ja, das könnte ein bisschen zu hoch werden, aber vielleicht... Da kommt. Waa. Waa, waa, waa. Äh, hallo, Entschuldigung, ich bin gleich wieder weg. Nein, nicht. Von einem E-Mann hilft mir nicht. Aber die sagt, hey, hey. Ich doch, doch, nein. Ach, ich bin nur kurz gestolpert. Kennst du doch, weißt du, du kletterst da so rum, kommst da nicht weiter hoch. Dann fliegst du einfach mal wem ins Gesicht. Ach, komm. Wem ist das denn bitte nicht passiert? Alter, es tut mir leid, Otto. Es tut mir echt leid. So, hoho. Hoch und hoch. So, da sind wir schon mal sehr nah dran. Das freut mich. So. Äh, ich bin wieder weg. Guck mal, ich bin gleich da. Hui. Ich bin gar nicht da. Ich bin nicht da. Junge, geh weg, ich bin nicht da. Ja, also echt. Geh mal schlafen. Ey. So ein Klaus, ey. Hätte hier Wache wohl nicht geschlafen hat. So, das ist das für einen Amateur. Da will ich mit uns anlegen. Jetzt ist es, es ist es. Du, 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 du. Hm, coole Musik. Du, 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 du. Ah, hoch und hoch. Ah, das geht doch locker flockig hier. Ja. Sehr gut. So, jetzt muss ich runterfallen. Das ist jetzt ziemlich dämlich. Und, ba, 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 ba. Woo. Das ist doch mal cool. Gut, gut, gut. Wir als, äh, Mini-Ezio haben das jetzt geschafft. Stürzen wir uns. Whiii. Hier runter. Ach, guck mal, wir haben da was freigeschaltet. Was ist denn das? Was ist denn das alles hier? Was ist das hier? Rennen, ne? Das ist ja Kodex-Ellen. Okay, da werdet ihr noch sehen, was damit auf sich hat. Diesen nehme ich auch irrelevant for the story. Ach, was, komische Kleidung. Ich bin nicht mal, ich bin, ich sehe aus wie alle anderen. Wie ist es, ihr seid komisch, weil ihr mich komisch findet. Die komischen. Ne, ich könnte dadurch. Keine Lust, als über die Dächer wieder zu rennen. Das artet nur in Chaos aus. So. Wo ist es da, Eingang zu meiner Prachthütte? Diese zur Prachthütte meiner Eltern. Aber das ist ja auch egal. Auf jeden Fall nicht hier. Ich kaufe auf die andere Seite. Ah, nein, ich muss. Ach, oh, nee. Das ist der Kurier. Den will ich nicht. Den will ich nicht. So. Dann, äh, zurück zu Papa. Ups, ich hab mich gedrückt. Äh, zurück zu Papa. Vater? Federico. Oh, shit. Oh, shit. Sie hat einen Schock. Sie... Als sie sich wehrte, sie... Hier ist es nicht sicher. Kannst du sie irgendwo verstecken? Ja, ja. Bei meiner Schwester. Gut, tu das. In der Zwischenzeit gehe ich zu Vater. Gebt acht, Zerezio. Die Wachen suchten auch... Pa, 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 das soll uns egal sein. Ja, ganz schöne Scheiße hier. Gefängniseinbruch. Giovannis Zelle oben im Palazzo de la Signoria. Signo... Signoria? Signoria? Genau. Erreichen und herausfinden, warum er eingesperrt wurde. Ja, das... Die Frage brennt uns natürlich jetzt unter den Ägeln. So, plötzlich ist es Nacht. Soll mir recht sein. So, ja, dann müssen wir mal die Lage abchecken. Was der Scheiß soll? Zack, zack, zack. Fünf Minuten, ey. Ich geb dir gleich fünf Minuten. Ich lege, ich werde länger als du leben, du Arsch. So. Äh, ich müsste... Was ist denn das? Ach, da hinten. Ja, da reine ich mal hier über die Leine. Leineleiter. Leitung. Überall. So, hier drüber. gut 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 so gut 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 wunderschön ich muss auch aufpassen weil ich das ganz genial geteilt habe Ende der Folge bedeutet auch Prozent meine Wäsche fertig ist dann muss ich runter in den Keller und Hüiüi darf ich gleich nicht vergessen zu der Welt bestimmt eher mal meine Handy los bügel wie behindert so dann müssen wir jetzt hier hoch schon wieder ich kann nicht da war ich doch eben noch da war ich bin nicht da ich stehe hinter einer Säule hallo Klaus wie geht's im Haus Star und ganz ganz gechillt an ihm vorbei er hat auch nichts gesehen Maha wir sind so gewieft geschickt das steht gerade mit dem Rücken zu uns das ist super ach scheiße wir müssen da hoch schnell hoch schnell hoch lalalala wir sehen niemand und lalalala nein 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 du siehst mich nicht du siehst mich nicht guck mal jetzt siehst du mich nicht mehr hui guck mal weg bin ich Mensch verrückt ich stehe überhaupt keine Bedrohung da ach da sind wir auch schon pop pop Ezio was ist passiert ein bisschen prügel sonst geht's mir gut wo sind deine Mutter und Schwester jetzt sicher sind sie bei ein Netter ja wartet ihr wusstet davon nicht so jedenfalls und nicht so bald nun ist es egal was meint ihr denn erklärt wir haben keine Zeit hör gut zu geh zurück zum Haus im Büro befindet sich eine Geheimtür nutze dein Talent sie zu finden dahinter steht eine Truhe nimm alles mit was du darin findest vieles wird dir sicher seltsam erscheinen aber alles ist wichtig hast du das verstanden ja gut unter anderem ist da ein Brief und dabei einige Dokumente diese Dokumente musst du Signor Alberti bringen er war heute morgen bei mir im Büro der Gonfaloniere ich weiß nun bitte sagt mir was los ist stecken die Pazzi dahinter am Taubenschlag war eine Nachricht für euch darin Geh jetzt Geh jetzt Ja richtig krasser Scheiß hier hm das Stroh wie süß ha toll ja hat sich schon ein bisschen was geändert also der Typ findet das natürlich uncool ah wie kommen wir denn am besten hier runter Mist das ist genau da wo die Tauben sind dann mach ich so ich kann mir eh nicht folgen haha das war mal ein Manöver so ich bin jetzt auch los so dann müssen wir jetzt also nach Hause und unser Talent einsetzen ich bin überhaupt nicht bewaffnet Alter Alter deine Mutter weg oh Leute ich bin überhaupt nicht bewaffnet das habe ich für Probleme also gut äh die Annette war das glaube ich die hat uns ja gesagt dass wir voll gesucht werden alles aber wir haben noch keine Waffen Mensch jetzt noch nicht ach genau hier war das genau hier ist das Waffenrad äh wie ihr seht ist es total leer und warum kann ich es nicht mehr drehen ich finde ich mit Geld ja wir können nämlich auch in diesem Teil mit Geld schmeißen das ist super lustig um Wachen oder Passanten oder sonstiges abzulenken weil natürlich finden die Geld viel interessanter als euch oder sonst noch wen ne finde ich aber auch äh wir müssen diese Verbrecher jagen oh Geld ja ich bin von einem guten Geist am Verlassen Probleme damit so ich glaube ich mache an dieser Stelle dann mal eine Spannungspause was erwartet uns hinter dieser Tür bestimmt ein Kuchen the cake is a lie also man sieht sich dann in der nächsten Folge von The Assassin's Creed 2 bis später tschüss tschüss